Wir sind hier in Rückholz im Ostallgäu, das ist im südlichen Ostallgäu, ca. 5 km von Nesselwang entfernt. Wir haben sechs Filialen und von Rückholz aus beliefern wir die verschiedenen Stellen im Umkreis von 20 km. Also wir sind 120 Mitarbeiter im ganzen Unternehmen. In der Produktion sind wir 20 Bäcker und 5 Konditoren. Das sind auch Damen, die die Sandwichen herrichten. Die ersten fangen um halb 12 Uhr an in der Nacht. Und das verteilt sich so den ganzen Nachmittag. Und zwar ist hier allerdings die Produktion beendet. Vor 20 Jahren habe ich angefangen, mich damit mehr auseinanderzusetzen. Und habe dann mit Bio-Produkten angefangen, Bio-Mehl zu kaufen. Und seitdem mache ich viele meiner Kornbrote, fast ausschließlich meiner Kornbrote, ganz mit ökologischem Mehl, mit Bio-angebautem Mehl. Zuerst war ich Bioland-zertifiziert, jetzt bin ich Naturland-zertifiziert. Am Tag sind es vielleicht so 4000 helle Semmel, die gleiche Menge an Spezialsemmel wie Körnersemmel, Kartoffelsemmel, Laugensemmel, was alles dazu kommt. Wir haben 2000 Brezen, 800 bis 1000 Stück Kuchen, Kleinteile wie Plunder, Nusshörnchen, so um die 500, 600 Stück. Ja, das ist schon eine ganze Menge. Das hat mein Urgroßvater, hat das in 1892 gegründet. Und dann sind wir 1920, sind wir dann umgezogen in die Produktion. Hat die dann gebaut auf dem Kirchplatz. Seitdem ist es in Familienbetrieb.